Das nachfolgende Video stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie oder eines Finanzproduktes dar. Es handelt sich um keine Anlagenempfehlung, sondern lediglich um eine Information. Abonniert den Kanal, läutet die Glocke hinterher, dann verpasst ihr hier auch nichts von Aktien und Krypto-News. Hallo und herzlich willkommen zu Aktien-News. Heute wieder ein Update zur AMC Entertainment-Aktie. Ist schwierig momentan, muss ich wirklich sagen, darüber zu berichten. Für viel ist hier ein Traum geplatzt irgendwo und dieser Life-Changer ist nicht mehr so präsent. Das ist sehr, sehr traurig und deshalb ist es manchmal nicht mehr ganz so einfach, hier über diese Aktie zu berichten, vor allen Dingen, wenn sich irgendwo nicht so viel tut. Ich habe hier in der Community mal nachgefragt, wie viel Verlust habt ihr momentan mit der AMC-Aktie. 74% haben über 80% im Minus. 17% sind zwischen 51% und 80% im Minus. Das hat hier eine riesengroße Aussagekraft, wo die Investoren hier stehen und was hier passiert ist in letzter Zeit. 3% sagen, sie sind im Plus. Keine Ahnung, wie die im Plus sein können, obwohl jetzt könnten sie ein bisschen im Plus sein, weil die Aktie so ein bisschen gestiegen ist. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon schwierig für viele und da bin ich eingeschlossen, diesen Life-Changer, den man sich halt gehofft hat, hier durch diese Aktie zu erreichen, irgendwo ja so abzuschließen damit. Und die Aktie irgendwie so als normale Aktie zu sehen mit einer Short-Squeeze-Fantasie, ja, die jetzt, sagen wir mal so, nicht mehr ganz so to the moon oder sowas gehen dürfte eigentlich. Aber vielleicht geht ja noch was, keine Ahnung, man weiß es nicht. Aber momentan ist es natürlich so, durch die Verwässerung ist es natürlich auch mit dem Short-Interest nicht mehr so, wie es mal war. Und diese gesamte Situation auch mit den synthetischen Aktien hat sich natürlich dadurch auch verändert. Wir schauen mal auf den Kurs. Wir sind bei 7,58$. Ein kleines Plus von 3,27%. Wird jetzt den wenigsten helfen, muss man sagen. So ein Kurs, das ist natürlich der Hammer. Das sind eigentlich 75 Cent, wenn man das jetzt vor Reverse-Split sehen würde. Wir haben ein Short-Volumen, ja, zwischen 40 und 50%, ist also runtergegangen, Short-Volumen. Da hat man die Hoffnung vielleicht, dass der Boden hier irgendwo gefunden ist, hier bei diesen 7, 8 US-Dollar. Das ist die Hoffnung so ein bisschen, die so ein bisschen dahinter steckt, dass man sagt, okay, eventuell könnte es hier wieder drehen, aber wohin es dann dreht, ob das dann im Endeffekt das ist, was sich die an Investoren irgendwo erhoffen. Das bleibt halt abzuwarten. Wir haben verschiedene Analysten, die hier auch sagen, dass die Aktie unterbewertet ist. Sehen dann Kursziele rund 19$ von 25$ von 30$. Hier haben wir sogar ein, der sagt, fairer Wert ist 49$, also 50$. Ich denke, das ist auf jeden Fall so, dass diese Aktie momentan sehr, sehr stark unterbewertet ist, logischerweise, und hier diesen Unternehmenswert in keinster Weise widerspiegelt. Aber was hat das schon für eine Aussagekraft, wenn die Gegner quasi so übermächtig erscheinen, dass es so aussieht momentan, als wenn sie alles machen könnten. Und viele Apes dann im Endeffekt dann auch noch teilweise gegeneinander gehen. Das passiert ja jetzt auch momentan in der Community. Die eine Seite ist pro Adam Aaron und sieht da irgendwie keinerlei Kritikpunkte in ihm. Die andere Seite verteufelt ihn sozusagen. Und dadurch ist da natürlich so ein Bruch in der Community drin. Und ich versuche jetzt hier so ein bisschen neutral zu sein, soweit es mir natürlich gelingt. Ihr wisst, wie ich über Adam Aaron denke. Ich versuche es trotzdem irgendwie neutral zu halten und jetzt nicht irgendwo gegen ihn zu schießen oder sowas. Ähm, aber natürlich ist die Situation meiner Meinung nach, also zumindest die Situation, dass, ähm, dieser Life Changer für viele, ähm, nicht mehr so ganz greifbar ist, ähm, meiner Meinung nach natürlich auf Adam Aaron zurückzuführen. Er hat sein Kino gerettet, ja, hat er gemacht, aber hat natürlich viele Fantasien, ähm, seine Anleger zerstört, meiner Meinung nach. Aber gut, so wie es ist, ist es. Und, ähm, wir haben einen neuen Film, der irgendwo auf den Markt kommt, jetzt demnächst am 15.09. in Amerika und am 26.10. in Deutschland. Und zwar Dump Money. Das ist im Prinzip die, äh, GameStop-Saga, die dann hier verfilmt wurde. Und da ist auch, ähm, Ken Griffin auch natürlich mit drin, spielt auch eine Rolle. Und, ähm, das ist natürlich eine Situation, die er natürlich nicht so stehen lassen kann. Und ist hier gegen, ähm, ja, gegen Sony Pictures, ähm, vorgegangen und hat, äh, Anwaltskanzleien beauftragt, ähm, ja, dagegen vorzugehen, gegen die Veröffentlichung des Films. Ähm, habe ich jetzt auch nur hier auf dieser Seite hier gefunden, irgendwie Puck News, ich weiß nicht inwiefern die jetzt, ähm, seriös ist. Habe es auch jetzt nur hier gefunden und auch bei Reddit, dass, ähm, der Hedgeform-Milliardär Ken Griffin gegen, äh, Sony Pictures vorgeht. Ja, da weiß ich nicht, ob das jetzt stimmt oder ob das jetzt einfach nur so eine News ist, die man sich, äh, vorstellen kann. Vorstellen kann man sich das natürlich sehr gut, dass Ken Griffin dieser Film nicht gefallen dürfte. Ja, weil er natürlich da auch, ähm, jetzt nicht gerade eine tolle Rolle spielt oder auch jetzt nicht jetzt gerade der Gute ist oder sowas, sondern eigentlich erst eher den Bösen spielt und, äh, dadurch, äh, natürlich ihm das, äh, ja, vielleicht nicht gerade liegen würde, dass der Film jetzt hier veröffentlicht wird und deshalb, äh, kann ich mir mal vorstellen, dass dies, äh, ihm nicht gefällt und dass er da natürlich auch vorgegangen sein könnte gegen Sony Pictures. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt nur auf dieser Seite gefunden. Das ist quasi die Quelle. Ist jetzt nicht die richtige Quelle, ähm, wahrscheinlich, ähm, keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht, wie seriös ist es und ob es wirklich stimmt. Ihr könnt ja mal auch in den Kommentaren mal schreiben, ob ihr irgendwo eine andere Quelle habt oder ob ihr wisst, ob das stimmt. Wie gesagt, auf Reddit geht's rum, auf Twitter geht's rum und so, dass, ähm, man hier davon ausgehen kann, dass es eventuell irgendwas dran ist, auf jeden Fall an der ganzen Geschichte. Genau, das haben wir jetzt gehabt, die 49, also 50 Dollar fairer Wert für die AMC-Aktie. Und, ähm, den Film haben wir uns nochmal angeschaut, das ist im Prinzip momentan das Thema. Jetzt gehen wir noch auf die Reddit-Zahlen, beziehungsweise auf die Ortex-Zahlen. Ich sage Reddit-Zahlen, weil hier die auf Reddit natürlich veröffentlicht dann werden. Und, ähm, ich habe hier ein Shorten Interest von 11,52, Short-Score von 70,25 und Utilization von 74. Das ist hier momentan, das sind die Werte von der AMC-Entertainment-Aktie. Ihr erinnert euch natürlich, dass hier vor dem Reverse-Split irgendwo, ja, 28, 29 Prozent gestanden haben. Und, ähm, das sich natürlich jetzt vehement verändert hat, muss man sagen. Utilization ist auch runtergegangen, das heißt, es gibt wieder Shares zum Laien. Ähm, wir haben hier 26,5 Millionen Shares, die geliehen sind. Das entspricht 16,8 Prozent vom Free Float. Ja, Cost of Borrow natürlich auch runtergegangen. Also, wie gesagt, alles so ein bisschen wieder auf Null gesetzt, mehr oder weniger. Und, äh, natürlich auch die ganzen, ähm, ja, Hoffnungen, viele Anleger natürlich auch wieder runtergesetzt auf Null. Aber was bleibt uns anderes übrig, als, ähm, jetzt hier weiterhin abwarten und Tee trinken, schauen, ob dieses, äh, Short Interest sich vielleicht dann irgendwo noch verändert. Und, ähm, dann vielleicht doch noch wieder, äh, unterm Kessel es brodelt vielleicht und, äh, da doch die Hedgefonds irgendwann anfangen müssen zu covern. Ähm, mehr können wir eigentlich nicht machen. Abwarten, Tee trinken, schauen, dass sich die Fundamentaldaten von AMC verändern, verbessern, was ja hoffentlich sein wird. Ähm, ja, weitere Verwässerungen von Adam Aaron werden sicherlich danach folgen. Zu den 40 Millionen, die er jetzt auf den Markt geben möchte demnächst, äh, wird sicherlich noch mehr auf den Markt kommen und, äh, das wird natürlich den Kurs auch weiterhin verwässern. Ähm, ja, jeder muss wissen, was er tut irgendwo. Ähm, ich bleibe jetzt weiterhin dabei, obwohl ich davon ausgehe, dass der Kurs wahrscheinlich hier noch weiter runter geht, je mehr Aktien natürlich Adam Aaron auf den Markt gibt, beziehungsweise wenn dann rauskommt, dass er seine Aktien auf den Markt gegeben hat jetzt schon, dann könnte sich der Kurs eventuell vielleicht wieder ein bisschen stabilisieren, weil dann ist dieser Kursrückgang darauf zurückzuführen, dass Adam Aaron seine Aktien auf den Markt gegeben hat. Das wäre natürlich schon gut, wenn er es gemacht hätte. Wenn er es noch nicht gemacht hat, könnte es dann natürlich, wenn dann die Meldung kommt, ähm, ja, hier auch nochmal bergab gehen und wie gesagt, mit anderen Verwässerungen dann auch wieder. Ähm, andererseits hat man hier wieder, äh, seine, äh, seine Fantasie nochmal drinnen, eine Schwarzquise-Fantasie, eine Community ist da natürlich auch dahinter, eine große Community auch in Amerika. Von daher, ähm, ist es natürlich hier eine Situation, wenn man hier rausgeht und am Ende geht man raus und dann passiert genau dann irgendwo der Schub nach oben. Ähm, ja, das ist natürlich die Situation, die einen bewegt und die einen natürlich auch, äh, dabei hält irgendwo mehr oder weniger. Da habe ich hier was Interessantes hier veröffentlicht auf Twitter, beziehungsweise auf X. Ähm, wenn ich verkaufe, geht's hoch, wenn ich halte, geht's seitwärts und wenn ich kaufe, geht's runter. Und so ein Gefühl haben wir irgendwie alle, ähm, dass, äh, man, wenn man verkauft, auf einmal, zack, geht das Ding hoch und explodiert und, äh, man ist nicht mit dabei. Und, äh, das Gefühl, dass man im Prinzip immer ins Minus geht, während man kauft und dass man, äh, wenn man hält quasi, geht's seitwärts. Aber das ist, glaube ich, ein Punkt, wo viele natürlich irgendwo bei der Stange halten und sich sagen, was stellen wir vor, ich verkaufe jetzt und auf einmal geht das Ding nach oben. Und das ist irgendwo der Grund, warum viele noch dabei sind. Ähm, ansonsten glaube ich, wenn diese Fantasie irgendwie nicht da wäre, wären, glaube ich, viele hier aus dieser Aktie draußen, glaube ich. Also gehe ich mal von aus. Also, ähm, ich muss zugeben, ich wäre es auch, wenn ich jetzt hier nicht dieses Szenario hier hätte, wo ich mir im Prinzip denke, wenn ich jetzt rausgehe, geht vielleicht der Kurs nach oben und, äh, äh, fahr 10,80, fahr 20,80 und ich bin nicht mit dabei. Das wäre natürlich schon heftig. Und außerdem, ähm, sehe ich hier natürlich bei diesen 7 Dollar, ähm, schon, äh, ja, der Boden weiß ich jetzt nicht, wenn jetzt natürlich Adam Aaron hier noch weitere 300, kann ja noch 350 Millionen auf den Markt geben. Wenn er die natürlich noch auf den Markt gibt, dann kann das natürlich den Kurs noch mal sehr, sehr weit nach unten drücken. Aber ich gehe mal davon aus, dass er das jetzt nicht machen wird, hoffentlich, sondern, ähm, das erstmal dann bei den 40 Millionen erst mal belässt. Und dann wartet, bis sich der Kurs stabilisiert. Und, ähm, wenn dann die Schulden irgendwann abgetragen sind, kann ich mir schon vorstellen, dass das hier auch, sagen wir mal, zumindest ein Game Changer für EMC sein kann. Und, dass vielleicht der ein oder andere auf jeden Fall seinen, seinen Einstiegskurs wieder sehen wird. Ähm, und vielleicht sogar, ähm, wenn die Hedgeforce covern müssen in irgendeiner Hinsicht, auch hier ein größerer Kursanstieg kommen könnte. Aber wie gesagt, man weiß es nicht, ähm, es hat sich wirklich viel, viel verändert. Muss man wirklich sagen, ähm, zur Frustration vieler Anleger und natürlich auch Frustration bei mir, wie ihr es wahrscheinlich auch hört. Aber ich werde weiterhin hier über die EMC berichten und werde weiterhin schauen, was es Neues gibt und in welche Richtung das jetzt weiterhin geht. Ob sich dann vielleicht auch die Daten dann weiterhin, ähm, ja, soweit stabilisieren, dass man sagen kann, oh, irgendwann werden die Hedgefonds vielleicht doch covern müssen, zumindest diese 10 Prozent. Und vielleicht sind ja doch mehr synthetische Aktien auf dem Markt, als wir denken. Man weiß es nicht, das ist im Prinzip alles nur eine Mutmaßung. Fails to deliver, die sind ja jetzt auch alle irgendwo abgeschlossen worden, was man auch nicht glauben kann. Also hier ist wirklich, ähm, sehr, sehr viel Manipulation dabei. Und, ähm, es ist wirklich, ähm, ja, Betrug, muss man wirklich sagen, einfach ein Betrug, der hier läuft an der Börse. Also meine Meinung ist, dass das jetzt keine Feststellung, ähm, die feststeht, im Prinzip, logischerweise nur meine Meinung. Und, ähm, ich sehe halt für mich persönlich, ähm, Gründe, ähm, hier in den amerikanischen Markt nicht mehr unbedingt in solche Aktien zu investieren. Das ist jetzt für mich so, also wenn, dann wahrscheinlich eher in irgendwelche Dividendentitel. Aber diese Aktie, die hat einen doch so ein bisschen, ja, sagen wir mal so so, äh, auf den falschen Fuß erwischt. Vor allen Dingen durch den CEO, der, ähm, ja, bei dem es scheint, als wenn er, ähm, eine falsche Entscheidung nach der anderen getroffen hätte. Aber, gut, wir würden sehen, was dann am Ende dabei rauskommt. Vielleicht hat er ja alles richtig gemacht. Mal schauen. Gut, ähm, würde mich freuen, auf jeden Fall, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und die Glocke hinterher läutet, damit ihr nichts verpasst von AMC, von anderen Aktien und auch Kryptowährungen. Ansonsten lasst es euch gut gehen und wir hören uns wieder. Tschüss!